Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Enderbar. Ja, ich will hier eben schon mal wieder zwei Ballen in die BG auffahren. Und dann machen wir eben die Pike ab. Und dann kümmern wir uns um die Kartoffelsortieranlage. Ist ja auch wichtig, dass sie jetzt hier blübt. Und der Hänger ist auch noch vorne, der Onhänger mit dem Kartoffelkiss. Ich brauche mal gucken, wo wir die Einlage anerst machen. Ich brauche irgendwie nur einen Kopf drum machen. Das wird jetzt auch irgendwo hingeschüttet kriegen. So, passen wir hier schon rein. Ja. Passt sogar noch zwei mehr rein. Und dann nehmen wir noch zwei. Oder... Ne, können wir es später machen. Um jetzt erst was anderes zu tun. Obwohl, ne, da fällst du um. Ne, 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 ne. Das geht nicht. Also wir können den nächsten Gärreste fahren ohne Ende, ey. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Da kommt richtig was zusammen im Moment. Bleibst du stehen? Danke. Danke. So, ab fort. Oh, ich habe Kaffee. Da wird es schon kalt. Nicht so schön. Oh, jetzt stehst du auch wieder intelligent in den Wefer. Oh, mal voll. Wir müssen eben ein Bild machen, ne. Ich hoffe, er hat gebildchint. Äh, falscher Gang drin, ey. Passt doch mal auf Sven. Ich hoffe, ein bisschen ist schon was auf dem Morgen, ne. Aber lohnt sich noch nicht wegzubringen. Dann schicke ich voll nicht, ich sehe auch so viel. Oh, schon alle. Korrekt. Jetzt müssen wir richtig hinsetzen. Mal eben speichern. Bevor wir gleich an das andere Moped gehen. So. Dann können wir dann gleich direkt wieder was einfüllen. Dann läuft der Hose. Siehst du auch genial, ne. Sieg auch nicht. So. Das ist dort so. Jetzt eben hier. Du kannst wieder waschen. Das ist bestimmt noch jede Menge drinnen, ne. Du kannst jetzt... Die alte Gastronne, ne. Das lübt schon mal, ne. Das ist bestimmt schon Schweinefutter drinnen. Kann man hier Schweinefutter vertickern? Ich weiß nicht, was wir mit dem Schweinefutter sauen. Ja, man kann alles verkaufen, ne. Nur nicht schnell. Äh. Schweinefutter. Guck mal, schnell Kompost. Sollen wir mal Kompost machen? Oh, du bist leer. Schick ihn vorhin. Da passt ja noch ein Schüppchen rein. Das, der rennt. Ich weiß nicht. Das ist ja noch... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schick ihn vorhin. Dad, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, nein. So. Auf mit dem Gesicht. Danke. Du. Bist du gut für voll? Das passt noch. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Passt noch gar nicht so viel rein, ne? Nee. So, jetzt ist erstmal ein Plan suchen angesagt, ne? Wof, Mofi, nur. Da kommen wir nicht rein. Da brauchst du erst gar nicht hinfahren. Hm. Sollen wir die da reinfahren? Nee. Ein echt Problem. Dass wir gerade keinen Hängerfreuhaben dafür ernten können. Naja, dann tun wir erst noch ein bisschen durchziehen. Liebe Leute. Irgendwann soll das ja auch hier wohl weitergehen. Hoppfort. Hier müssen wir ja auch noch weitermachen. Alles immer schön schick hier vorne fertig machen. Das ist aber so eine schäppige Ecke. Äh. Wieso auch mal irgendwie Gras oder so drauf sehen. Oder für eine Grasecke umkriegen. Das können wir auch machen, ne? Das wäre zumindest mal ein Plan. Hier ja, aber ich weiß nicht. Dass wir hier in Gras machen und woanders. kann man sich schlecht drehen oder auch. Ne. Die bohren geht hier noch, ne? Und danach? Guck mal, da kannst du einen Obstgarten hin machen. Bisschen Vorgewände hier ziehen, ne? Können wir nachher besser drehen. Können wir nachher besser drehen? Können wir nachher besser drehen? Oh, mein... So, hollandet. Oh, ja... So close. Das läuft. Langsam, aber stetig. Ich fahre jetzt jedes Mal rückwärts, weil das sind so kurze Bohren, bis ich da überall gedreht habe und hier und da. Ne, da tue ich nicht mehr an. Da sind wir rückwärts schneller. Da muss ich hinterher noch Vorgewände grubbern, nein, das geht so schneller. Ist zumindest meine Meinung. Wie er es macht, da habe ich keine Ahnung. Ich mache das dann ganz gerne so. Der Deutsche ist ja fix im Rückwärtsgang. Da ist er ja schon hinten am Ende. Schicke-feuer. Das läuft. Ganz sehlich, läuft. So Leute, ich sage jetzt aber erstmal Danke fürs Zugucken bisher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und wir wollten nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.